Die Firma CETA entwickelt und produziert Schiebedautechnik. Die hier entstandene MGT Aluminiumlaufschiene ist seit mehr als 20 Jahren erfolgreich im Einsatz. Vorteile Integrierte Zahnstange Schnelle Montage Die wichtigste Erfindung von CETA ist aber das Laufwerk für extrem kurze Einspannlänge. In Delegate macht es möglich, dass man dieses nicht besonders schöne Dreieck nicht mehr braucht. Das spart Platz und das Tor sieht einfach besser aus. Noch schöner ist dann nur mehr unser fahrender Blumentopf. Solartore von CETA brauchen keinen Stromanschluss und wegen der besonderen Handbedienungseinrichtung auch keine Gehtür daneben. Für Schiebetore mit Gefälleanpassung ist der Balanza, ein Energiespeichersystem, entwickelt worden. Damit werden steigende eingebaute Tore ungefährlich und leicht bedienbar. Ständige Weiterentwicklung ist uns ein wichtiges Anliegen. Ständige Weiterentwicklung ist uns ein wichtiges Anliegen Sub:"Haty 크게 mehr als steinengrenze!"